Adolf, du alte Nazi-Sau, kapitulier doch endlich, Adolf, du alte Nazi-Sau. Das habt ihr euch so gedacht, dass ich kapituliere. Adolf, du alte Nazi-Sau, kapitulier doch endlich, Adolf, du Sau. Ich bin mit 53 Ländern im Kriegszustand und die Bomben nicht auf England, sondern Deutschland. Diese alliierten Bomber verwenden Nerven, weil die nicht nur Bomben, sondern Bomben-Teppiche werfen. Keiner hört mehr auf mich, jeder macht.